Was machen zahlreiche Seilbahnbetreiber und Gastronomen am Wolfgangsee? Sie holen sich ihre Auszeichnungen ab. Vergeben werden diese vom Ski-Area-Test. Bevor es jedoch soweit ist, präsentiert sich Red Bull mit einer Flugshow über dem Wolfgangsee. Anschließend gibt es noch eine gemütliche Schiffstour. Unter den Passagieren sieht man Mitarbeiter von Snowspace Salzburg. Die Stimmung ist hervorragend und das Team rund um Christina König und Wolfgang Hettecker hat gut lachen. Es ist ein Präumer für die vergangene Wintersaison. Zwölffach Gold in sechs Kategorien und Europa Gesamtsieger. Also ich bin extrem stolz. Das ist eine Leistung des ganzen Teams. Und Europa Testsieger zweimal hintereinander zu werden, ist natürlich eine besondere Auszeichnung. Das heißt wirklich Qualität on top. Man kann sagen, einmal im Jahr kann man sagen, okay, hat man Glück gehabt. Aber es zweimal hintereinander zu schaffen, dann wissen wir wirklich, dass unsere Dienstleistungsqualität, unsere Performance einfach ein Wahnsinn ist. Und hier gibt es ein Riesenlob und ein Dank an dem ganzen Team. Und für den Gast ist es natürlich auch ein Zeichen, dass es bei uns passt und dass er das kriegt, was er sich erhofft. Hinsichtlich Pistenqualität, hinsichtlich Freundlichkeit der Mitarbeiter. Auch das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Auch da haben wir heuer einen Preis erhalten. Und das freut uns sehr, weil uns das Thema auch ganz am Herzen liegt und sehr wichtig ist. Die Bewertungs- und Infoplattform Ski Area Test schickt rund 200 Testerinnen und Tester in Skigebiete in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien. Sie bewerten anonym diese Gebiete in 17 Kategorien. Entsprechend werden dann die Auszeichnungen vergeben. Wichtig sind solche Auszeichnungen auch für Orte, die in diesem Gebiet liegen. Ich glaube, das ist auch für St. der Hahn sehr wichtig, weil St. der Hahn und die ganze Region sehr viel auf Nachhaltigkeit setzt. Und wir haben jetzt zum zweiten Mal diese Auszeichnung mit den Bergbahnen bekommen, in dem Fall mit Snow Space Salzburg. Und da sind wir sehr stolz drauf. Aber es zeigt, dass der Weg in der Region für die Nachhaltigkeit, für gutes Service, für Qualität einfach bürgt. Snow Space Salzburg beschäftigt im Jahresschnitt rund 300 Mitarbeiter und gehört damit zu den größten Arbeitgebern des Pongaus. Diese tragen natürlich das Ihre zu den Auszeichnungen bei. Das ganze Thema ist extrem wichtig für die Seilbahnwirtschaft. Aus Sicht der Austrian Seilbahnpartner sind wir wahnsinnig froh, dass es solche Plattformen gibt, wo nicht nur die Seilbahnbetreiber, sondern auch die ganzen fleißigen Geister im Hintergrund, die Mitarbeiter prämiert werden, ausgezeichnet werden. Natürlich ist es eine Motivation für uns und unsere Mitarbeiter. Es freut uns sehr, dass wir da prämiert werden, dass das, was wir machen, auch gesehen wird. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht noch mehr verbessern können. Und das ist unser Ziel, dass wir immer noch weiter besser werden. Und das fördert natürlich so einen Preis sehr. Es ist natürlich schön, wenn du als Mitarbeiter auch für deine Tätigkeiten eine Auszeichnung hältst. Noch schöner ist, wenn sie anonymisiert ist und du wirklich als Bester der Besten hervorgehst, ist ein Ansporn, dass du deine Arbeit gleich gut, wenn nicht gleich noch besser machst. Und wir dürfen nie vergessen, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Anerkennung für Snow Space Salzburg kommt auch aus dem benachbarten Bundesland. Und Snow Space ist eines der bekanntesten Skigebiete in Österreich. Und die Gäste, die kommen, das ist auch etwas Besonderes. Wenn die das sehen, diese ganzen Auszeichnungen, wissen sie, da muss ich immer hinfahren. Und auch wenn ich wegfahre und am Berg ein schönes Erlebnis gehabt habe und das nur einmal liest, sage ich, ja, die haben recht gehabt. Die sind wirklich ausgezeichnet worden. Das Snow Space Salzburg punktet in den letzten Jahren immer wieder bei uns. Und ich glaube, es ist von der Führungsspitze und natürlich das ganze Team von der Betriebsleitung über die ganzen Angestellten ein unglaublicher Schub in Richtung Gast, die hier tolle Angebote vorfinden. Wenn ich nur denke, jetzt ist gerade vor kurzem eine der modernsten Seilbahnen der Welt in Betrieb gegangen, die Freien Mozart. Also wirklich, hier wird was geboten. Infos, was denn geboten wird, holen sich die Skigäste unter anderem von der Plattform Ski Area Test. So anonyme Qualitätschecks sind natürlich eine wertvolle Basis auf diversen Portalen, um ein Skigebiet auszuwählen. Und wir wissen, dass der Gast sehr mündig ist, sehr genau schaut, denn unser Slogan heißt, wo Best of Mountains draufsteht, soll auch Best of Mountains drinnen sein. Für den Skiurlaub im Snow Space Salzburg fehlt also nur noch der Schnee, der hoffentlich bald kommen wird.